Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer in Train Team World 3. Ich schaue mir heute mal die Santa Fe an, bzw. die F7 in der Santa Fe Lackierung aus dem Lockpack. Und wow, diese Lock ist eine absolute Schönheit. Das war sie auch schon in der Clinchwind-Variante, aber die Santa Fe Lackierung, die ist halt mega, mega geil. Gibt es auch so in echt noch, da fährt auch noch eine rum, ja, es gibt sogar zwei. Und ja, wir haben heute noch eine Boost-Einheit mit dabei und pro Einheit haben wir hier 1500 PS. Also 3x1500 und hier unten steht die andere Konfiguration mit zwei Boost-Einheiten, mehr geht auch nicht. Absolutes Kraftmonster. Jo, der Plan ist, wir NSF und das Eisenbahnmuseum wollen hier Rangier-Demo machen und das werden wir auch mal tun. Und bevor wir aber das tun können, müssen wir hier erstmal unsere Lok starten. Vor allem, weil es wäre sie an, aber ich dachte, ich mache sie mal aus, damit wir sie starten können und den Sound dann auch nochmal dazuhören. Noch dazu habe ich mal den Raildriver mit eingeblendet. Da stimmen die Controls halbwegs zu der. Wenn ihr dann übrigens sagt, boah, nee, also Raildriver kann es getrost ausgeblendet lassen, dann kommt das natürlich nicht mehr. So, auf Engine Start sind wir. Hier ist alles gut. Dann würde ich sagen, starten wir mal den Bad Boy hier. So, jetzt braucht es einen kleinen Moment. Sollte er gleich mal kommen. Nice. Dann wollen wir gerade mal schauen, ob wirklich alle Einheiten mit Druck gestartet sind. Gibt's gut aus. Da war... Cool. Alle Einheiten sind oben. Ich muss hier wieder einsteigen. von der Tür hier zu und gehen hier auf die Run Position. Wir gehen mal hier rein und machen mal unsere Lok fertig. Er sagt es dann eh schon. So. Und wir haben drei Einheiten. Wacht. So. Beleuchtung machen wir hier an. So, jetzt, da die Dokumentation aufgerüstet ist, wird es Zeit für das Hauptevent. Fahren Sie bis zum gemischten Güterzug und Teil und rangieren Sie diese im Land Schirrbahnhof. Vergessen Sie aber nicht, dass Sie haben dieses Mal Publikum. Das habe ich eigentlich immer. Äh, gut. Geben wir mal Achtungspiff. Ich glaube, es ist jetzt zufrieden. Ich habe sie doch gelöst. Ich glaube, es ist jetzt zufrieden. Wir haben eine Leistung. Ich denke mal. So, da. Anhalten wie angezeigt. Ach so. Nee, ne. Gehen wir nach draußen. Da ist die Schönheit. Und da kommt die moderne Variante vorbei. Ja, würde ich mit der Lok da hinten fahren, dann würde auch der Hebel her stimmen. Weil hier hinten der rote Bereich, der wäre eigentlich für die Elektrobremse. Das haben wir hier aber nicht. Also ich könnte hier nach hinten drücken. Ich hätte gar nichts. Da quasi meine Nullstellung. So gebe ich halt wieder Leistung. So, wie es aussieht. Mit 15 Meilen maximal hier. Ich kann es mal hier ausblenden. Also wäre ich gerade in der Nähe. Und sie würden sowas gerade machen. Ich würde mir das sofort geben. Das wäre so ein geiles Foto, wo die F7 da der lackieren. Boing Collision. Was hier dann so nett, dann stellst du mir die Weichen. Gut, ist nett. Okay. Das ist ja gut. Ich muss gar nicht, dass man hier das Teil sieht. Weil das Interface aus hat. Aber sicherlich hinter dem Signal da halten. Hat er das jetzt genommen? Nein, er hat natürlich nicht genommen. Weil... Ach, das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Kommen wir nochmal auf die hinteren. Echt jetzt? Wow. Ich kann beide mal Gas geben. Da kann ich nur ein bisschen hinrollen. Also. Krieg ich jetzt? Bin doch drauf. Spiel. Lass mich doch einmal stressfrei fahren. Dankeschön. Okay. Anformation ankoppeln. 24 Wagen. Schauen wir mal auf die Karte. Wir sind da. Wir müssen da hin. Die Weiche schaut. Schaut aus. Die passt auch. Okay. Machen wir das. Sollen wir den Führerstand wechseln? Ich glaube, das machen wir. Voll anlegen. Dann kommst du hier raus. So. Und dann Generator Field machen wir hier raus. Und die Lichter können wir abdrehen. Leben vorbei. Beziehungsweise wir lassen es mal so an. Wir werden dann eh die ganze Zeit hin und her fahren. So. Einmal raus. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Hier wieder rein. Generator Feld. Und dann riechen wir uns weiter rein. Ohne. Wobei. Dann kommen wir es wieder hin. Gehen auf. Oh shit. Ich glaube, das habe ich jetzt hinten nur auf 1. Das ist jetzt ein Problem, wenn das hinten auf 1 ist. Wir werden es jetzt gleich sehen. Reagierst. Nicht. Eine Reaktion. Okay. Dann müssen wir nochmal nach hinten. Also ich hoffe, das ist die Einstellung. B. Okay. Ich habe die Tür offen. Südeli. Ich werde mich jetzt zurücksetzen. A1. Okay, das passt. So, wer geht es jetzt? Wieso? Weil hier geht die Bremse jetzt nicht. Leuchtet man jetzt gerade nicht so ein? Lass ich die nochmal raus an. Das passt. Okay. Ne, das verstehe ich jetzt gerade überhaupt nicht. Eine Sache probiere ich jetzt nochmal. Kann man einfach hinten lösen. Okay. 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 Die Blockbremse ist wie gesperrt. Warte. Hier ist alles. Vielleicht hat man echt nicht ein. Was macht ich jetzt da falsch? So, wer geht sie jetzt? Bisschen in Gaza nehmen. Aber ich komme halt nicht vom Fleck. Warum ist denn das jetzt so? Ah. Ah. Ich war nicht in der Frachtschlaufe drin. Ah. Bavura. Mein Gott. So ein Chaot manchmal. Aber ich glaube, ich hätte dann schon auf B gehen müssen. Nicht auf Off. Oh, geben wir nochmal Bescheid, dass wir kommen. So schnell. Oh. Ähm. Nicht vergessen. Und wo sind die ganzen Leute, die wir jetzt zugucken? Ja. Und wo sinds. Und wo sind die ist. Äh. Einmal einbremsen. Einmal einbremsen. Okay, das erste, was wir jetzt hier machen, wir werden hier mal wieder ausmachen. Das ist wieder zurück, so wie es gewesen ist. Gehen wir hier auf B. Beleuchtung können wir an. Generatorfeld machen wir hier wieder aus. Glaub ich, habe ich alles. Gehen wir auf eine Vollbremsung. Ja, komm, lass mich raus bitte. Und hier zu machen. Dankeschön. Es sieht eigentlich so aus. Moment mal, wieso rollst du? Ach so, ja stimmt ja. Ich habe ja hinten aufgemacht. Also jetzt ist es wieder vorne. Das müssen wir mal ganz schnell ändern. Generatorfeld, wir machen hier acht. Eins, drei Einheiten. Cool, dann machen wir das abkuppeln jetzt. Hoin, Collision. Noch mal wenig, Leute. Wenn jetzt, dass da eine schöne F7 unterwegs ist. Hat auch jemand von euch eine Kamera? Ne. Hört ein bisschen dunkel aus. Warum lacht's doch mal. Kann ich hier eigentlich raus? Nein, natürlich nicht. Okay. Okay, also hier abkuppeln willst du. Okay. Warum du nix machen? Ist der Hebel auf deiner Seite. Was? Ah, jetzt ja. So. Komm. Sehr gut. So, liebe Doc. Bitte jetzt schön die Bremsen lösen. Und bewege mich an mein Ziel. So sieht alles gut aus. Einmal lösen. Sehr gut. Gefällt mir. Okay. Da. Ein bisschen Leistung. Jetzt läuft's auf einmal. Sehr gut. Sehr gut. Das Interfass. Oh, warte mal. Ähm. Wie weich. Ach, das ist der gleiche Platz wie vorher. Und dann wird er hinten rein vermute ich mal. Und dann wird er hinten rein vermute ich mal. Dann glänzt's wieder. Wertig aus Back. Das ist leider schade. Schade, 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 schade. Zu schnell. Oh, ich denke wir noch seitens kommen. Oh, das ist aber jetzt wirklich weit nach hinten vorne. Das wird schon passen. Das wird schon passen. Ja. Bisschen verbremst. Aber werdet ihr das? Nachdem ich jetzt da den Wagen noch mit drauf hab. Äh. Noice. Anformation ankuppeln. Wo denn diesmal? Ähm. Da hinten. Weichen. Das sind alle richtig. Okay. Dann machen wir etwas, was ich eigentlich ganz gerne hier mach. Wir spielen jetzt mal den Typen, der da hinten steht. Dass es Anweisungen gibt. Ähm. Ich würde sagen. So. Einmal einen kurzen Pfiff. Und rückwärts. Perfekt. Und los geht's. Wir können ein bisschen weiter hier nach rechts gehen. Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Ich glaube, ich bleib so. Multiplayer and Trains in World 3. Das wär's. Muss noch nicht mal mit Fahrditzleiter sein. Aber hauptsache so, dass man auf der Strecke fährt. Und wir spielen auch dann Dispatching. Das dürfte eigentlich nicht so schwer umzusitzen sein. Moin. Moin. famous. So. Ich glaub da der mittlere müsste es sein, ne? Ja. Ich glaub da der mittlere müsste es sein, ne. Okay. Ihr könnt jetzt schon mal Wetten abschließen ob ich da jetzt noch eine wahlkuppeln werde oder nicht. Aber wieso hat sie für die Demonstration nicht hier die Vierereinheit genommen? Oh, da stehen ja auch noch Leute. Ach, vielleicht kommen wir zu der noch. Wer weiß. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Wie war zu langsam, als wie zu schnell. Oh, ich glaube, so tun wir jetzt mal hinrollen. So, gibt es da oben eigentlich irgendwas Interessantes? Nie, ne? Ach so, das gleiche Auto, wo es da hinten oben steht. Ich glaube, ich gehe da mal kurz dann runter. Äh, ein Stückchen noch. Sehr gut. Passt. Angekoppelt. Was will das jetzt von mir? Fahrzeug abkuppeln? Ach. Oh, schade. Jetzt hat mich irgendwie gefreut, dass wir jetzt hier mit dem ganzen Konvoi unterwegs sind. Ja, dann machen wir das mal. Wobei, bevor wir das tun, ich schreibe nochmal kurz drüber. Warte mal, hoffentlich nicht überfahren. Oh, Stichwort überfahren. Ähm, ich habe jetzt dann in Challenger 2 zum allerersten Mal mitgekriegt, wie jemand überfahren worden ist. Und, äh, ich habe jetzt auf meine Abfahrt so gewartet. Oh, was ist das hier? In jedem Fall, ich habe jetzt auf die Abfahrt gewartet, dann war da auch jemand anderes da. Der war mal rangieren, ist dann halt einfach mal angehalten. Und, dann kam ein anderer Zug rein. Ein Schnellzug. Und der hat ihn einfach mal voll übergemäht. 3, 1, 3. Moin, Leute. Tut's doch mal lachen. Weil ich gerade da bin. Also kann ich, äh, hat sie vielleicht Secrets? x, was man irgendwie hier ausfüllen könnte. Sammeln. Vielleicht hier vorne irgendwo. Ah, doch, da! Prost. 1 von 25, das ist ja eigentlich noch überschaubar. Was? Ich weiß, ich sollte eigentlich mit dem Szenario weitermachen. Mal ganz kurz hier umgucken. Ansonsten mache ich das hier nicht. Kannst du auch noch was Interessantes? Nö. Okay. Railroad Museum. Also hier ist das Museum. Also, für ein Eisenbahnmuseum habt ihr ein recht schlechtes Sortiment, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das dürften der verkauft hier Hot Dogs. Da will ich hin. Was ist eigentlich ihr hier? Ihr wolltet irgendwas ein- und ausladen. Ich möchte da hin zu dem Typen. da ist auch noch so ein Gleis. Moin. Was? Wie läuft? Was? Aha, okay. Ich wusste so überhaupt nicht, dass das ein Ding ist. Ähm, für Hot Dogs verkaufst du interessante Brezeln. Brezeln stehen hier gar nicht drauf. Ah doch, da. Hot Dog, Brezel, Sausage, Hot Knisch, Ital, Sauce, Shish, Kebab, Beef Party. Ja, dann du. Viel Spaß hier noch, ne? So, andere F7 hätten es da hinstellen können. Aber historisches, amerikanisches gibt es halt leider noch nicht so viel. Und mein Gleise hier sieht auf jeden Fall komisch aus. So, da abzulog ist jetzt hier wieder auf der anderen Seite. Alter. Anhalten. Irgendwie angezeigt. Bestimmt wird genau das gleiche Gleis. Gucken wir mal. Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Geh weg. Ähm, du, 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 du. Ja, ist genau der gleiche Platz wieder. Also, einmal noch vorne. Lüsen. Ab geht's. Jetzt ist noch dieser eine andere Zug unterwegs gewesen. Ich glaube, die haben alle Angst vor mir. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Bitte lass uns jetzt zu der anderen Formation rüberfahren, dies wäre so schön, weil dann wird der Halt hier nicht wirklich Sinn machen, glaube ich. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, boah, wieder ein bisschen too much. Femmst du aber echt gut. So, komm. Dann stellen wir noch da vorne. B, du nimmst es jetzt nicht. Dankeschön. Information erkuppeln, 19 Wagen. Was ist das jetzt diesmal? Wieder da unten? Nehmen wir da jetzt alle dann mit? Na ja, okay. So, da machen wir das gleiche Prozedere wie vorhin schon. Die raus. Wie? Position. Das tut er jetzt, glaube ich, eh nehmt. Und Generator L aus. Jetzt irgendwas vergessen. Glaub nicht. Jetzt nehmen wir da einen anderen Führerstand. Aus hier. Oh, ich hab den stecken lassen. Guck ich. Aber ich kann ihn nicht bewegen. Vermutlich wegen dir. Ja. So. Generator Welt. Pracht. Drei. Und lösen, bitte. Warum jetzt nicht? Ich hab's doch jetzt diesmal richtig eingestellt. Wieso? Was hab ich jetzt drüben vergessen? Hat doch, wie auch funktioniert. Da muss doch wirklich auf Off sein. Aber zwar stehe ich es nicht. Der maximale Anstieg. Also nicht so ganz. Pracht bitte einmal lösen. Dann gehen wir halt hier ablösen. Und jetzt rollen wir. Ich hab aber doch drüben auf lösen gemacht. Ah, anziehen. Guck, die rollen jetzt nicht weg. Das ist ganz schön gefährlich, was ich hier mach. Warte, hier geht's jetzt wieder. Das ist... Hm. Okay. 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 ok, Oh, ich hoffe mal, Das ist jetzt die, das letzte Manöver. Jetzt wird es ein bisschen langweilig. Und langsam. Okay. Cool. Oh, schon wieder abkuppeln. Okay. So. Du kommst auf B. Generator fällt aus. Du kommst aus. Hier. Auf das. Auf das. Alles zurücksetzt. Geht schnell in die andere Lok. So. So. Dann tun wir das abkuppeln, was er gern hätte. Wo tun wir die jetzt überhaupt sortieren? Wo ist der Hebel? Leid hier. Die ist mein 3.000 Fuß. Schauen wir mal kurz auf 9. Das ist aber... Ja, ist gerade wieder das gleiche. Warum haltet ihr so? Die sind schon aufgelegt. Oh, ich glaube, das wird eigentlich nicht sein. Einmal rein. Tschüss. Die Tür wieder zu. Nichts. Ähm... Hab ich es vergessen? Nö. Bauen. Sehr gut. Ich muss dann beide Hebel wieder auf die Lösenposition machen, wenn ich das wechsle. Ich dann in der Schleife da rausgebe, da... Handbuch nochmal nachlesen, was das offizielle Prozene ist. Hab ich es natürlich nicht gemacht. Ich super hält. Er liest ihn auch schon an Bücher. und einie, was das wechsle mitgehen. Ihm... Das ist ja. Und das ist das Wischleife. Und das ist da. 또osionции. Da haben keine Firmen kann. Denn wir müssen nicht nach oben sein. Wir sitzen nun müsst. Ich kenne das ACAgent. Und zwar umqu зад ste Rest ist ebenso. oder teaching. Aber ich muss sagen, das ist nach langem mal wieder eine Rangierfahrt. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Wollen wir immer nach hinten. Feuerwehr? Rettung? Okay. Schaut, da ist man jetzt gerade verpasst worden. Hätte ich jetzt so gerne gesehen. Hätte ich jetzt so gerne. Ah, da vorne ist auch schon der Marker wieder. Ah, da geht's. Oh, da geht's eigentlich mal so hin. Jetzt ist es geht. Oh, da geht's. Oh, da geht's. Oh, da geht's. So, und dann wird er 100 pro retour. Ach, ankuppeln. Okay. Welche Wagen sind's? Ah. Oh, nee. Wir bringen jetzt aber nicht alles von da unten nach da oben, oder? Äh, okay. Dann gehen wir mal in deepcam hier wieder. Und dann, weil wir jetzt hier. Tschüss, 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 tschüss. Ah. Oh, da geht's. Was machen? Danke fürs Weichenlegen. Muss ich das nicht machen. Super leicht rum. Schau mal. Ich glaube, dass wir das Beste angucken jetzt bisher. Oh, ich würde mal sagen, das war jetzt gar nicht mehr so schlecht. Cool. Äh, Spiel. Fahrzeuge abkuppeln, alles wieder. Das war ja klar. Äh, wie sie ansieht. Da kommt jetzt hier ein Sandsturm. Äh, Katting. Und wieder nach vorne fahren. Bisschen Abwechslung. Lass mich mal woanders hinfahren. So. Eigentlich nimmt man das Neugierde. Okay. Da haben wir eine Controls. Nö. Okay. Dafür muss ich hier drin sitzen. Dann darf es aber sein. Ähm. Okay. Wollte gerade sagen. Ich dachte jetzt, die Nadel funktioniert nicht. Boah, die fängt doch erst bei 10 an. Ist jetzt wieder gerade noch schlechtes Wetter hier. Ist ja eigentlich schon eine gute Sache, dass ich das Wetter hier ändern kann. Aber das hätten Update sein können und kein volles Preis spielen. Aber ja. Habe ich jetzt glaube ich schon 5 Minuten mal gesagt. Äh. Habe ich jetzt bitte ein Regen hier. So komm. Sag mal deine PS. Sag mal deine PS. Oh. Oh. Da ist ja doch noch was unterwegs hier. Mein Kollege. Anformation ankuppeln. Ist das jetzt wieder das da unten? Oh Leute. Okay. Äh. Jetzt machen wir das Porzil noch mal neu. Also. Du kommst raus. Aus. Aus. Du gehst auf B. Generator fällt aus. Du gehst hier wieder auf 1. Wobei ich frage mich, ob ich das nicht auf 3 lassen kann. Ähm. Wir gehen. Wir gehen. Schleife. Machen hier aus. Wir fahren hier. Und jetzt müsste ich hinten einfach fahren können. Und. Habe ich es diesmal richtig gemacht. mit. So. Achso. Ja. Klar. Ich muss zuerst hier auf die 1. Vorwärts. Auto fällt. Auf die 3 bitte. Auf Pracht. Und. Bremse reagiert. Cool. Dann ist also so. Das Prozedere. Dass die Hebe da auf vorn gestellt wird. Oh. Jetzt ist die Endstellung beim Raid Driver falsch. Bei. Nein. Ist richtig eigentlich. Vorwärts. Die Hebe. Das wird sehr cụms. Und wir gehen. Und das spielt wieder auf. In deinem commun Status ist die Schnee. Das wird sehen. farmers aus dem Eis. rein von der Zeitangabe her habe sie gemeint, das dauert irgendwas um die 40 Minuten oder 50 Minuten aber gut, ich habe plötzlich gemacht nur noch mal dazusagen gut, ich war zu durch die Führerstattung zu wechseln ist hier Signal Light nicht zu schnell ich hoffe, ich darf jetzt mal hier alles mitnehmen wenn es jetzt wieder mit Abkuppeln ist, dann glaube ich lasse es an der Stelle weil es ist sonst gerade ein bisschen wiederholend dass es sich nicht so gut kann die Augen geben hat man sich nicht so gut dass es mir ist dass es sich nicht so gut ich dass es mir immer monopolisiert wenn es mir immer gut ist dass es mir immer komisch ist dass es mir immer gut ist sehr gut ach, jetzt ist das wieder mit abgehoben ok, ne, also ne, lauf der Games ein paar Mal jetzt dann schon greift das wäre dann die wieder wegbringen nachdem das da hinten auch wieder unterschiedlich sind dann vermutlich die irgendwann das hinbringen und dann die da hinten ok, ne das glaube ich wird jetzt ein bisschen zu langweilig jetzt also, liebe Leute das war sie die F7 in der Santa Fe-Lackierung wunderschöne Lok also, kannst du empfehlen wenn man gerade Fan ist von den alten Diesel-Loks hier wirklich eine schöne Lackierung obwohl ansonsten war es ja eigentlich ganz gut sofern wir was zum Teufel ich bin doch angelischt das finde ich jetzt interessant das finde ich jetzt gerade sehr interessant ähm warum ist das so so kann ich jetzt hier nicht mehr lösen spannend das ist jetzt hä ok ok gestern ähm du geh mal wieder raus mit dir hier also also jetzt erstmal wieder in B gehen hier raus nicht ähm ähm den anderen Führerstand sehr spannend so du bist dann wieder die Nummer 1 hier und bremsen rein bitte finde ich jetzt eine sehr interessante Reaktion geht sie dann auch wieder auf warum reagiert sie jetzt dann hier warum ist das jetzt hinten gegangen oder ist es weil sie von der Formation her natürlich falsch ist was ich dann weiß ich ja wie das relativ aber halt nicht vorne ist dass ich deswegen den nicht hab aufbauen können bin ich echt spannend jetzt warum das jetzt da auch so reagiert hat komm hm ich darf das immer nur die führende Einheit machen macht das Sinn eigentlich schon oder ok aber hm ok also wenn das jemand erklären kann was da jetzt passiert ist oder warum das so passiert ist dass ich hier die ganze Zugbremse nicht anziehen konnte nur hier dafür die Einheit jetzt hey ist dankbar ja interessant ich glaube ich soll doch mal das Handbuch lesen wobei ich frage mich schon ob jetzt im Laufzeitgeberungshandbuch so detaillierte die Fragen beantwortet werden sind meistens recht oberflächlich aber ja das war's war ein bisschen chaotische Fahrt das Wetter wäre das wieder schöner haben wir den Durchblick und ich glaube das nächste Mal machen wir hier mal eine Streckenfahrt mit der wo wir hier nicht so viel rangieren müssen sondern einfach mal fahren können weil wir ein bisschen Dieselgewitter haben aber ja war wie immer chaotisch bei mir also bis dann dann und wünsche euch noch eine gute Fahrt ja liebe Leute das ist leider das Ende von dem Video wie immer würde ich mich freuen wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt wie ihr es gefunden habt aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte kommt auch auf unseren Discord Server Link ist da rechts oben gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr bis dann euer Brabura bis zum nächsten Mal tschau tschau